Alter! Wuhu! Alter! So, da sind wir wieder. Einmal. Das letzte Mal ging's hart her. Ich bin mir nicht mehr grad ganz sicher. Nee, da hatten wir nichts mehr. Genau, das hatten wir noch gemacht. Ähm, ja. Und jetzt erkunden wir erstmal mal ein bisschen die Gegend. Und mal sehen, was jetzt so kommt. Ich hab's seit der letzten Aufnahme nicht mehr... Also, es ist schon wieder ein bisschen her. So ein paar Tage, ne? Da muss ich erstmal wieder reinkommen. Aber... Ich hoffe, ich geh heute nicht voll drauf dabei. Warte mal, ja. Da können wir doch bestimmt rüber. Ups. Erstmal alles schön hier aufsammeln. Wo war's denn da? Was ist so gut? Oh Gott. Ich find mich hier noch gar nicht so doll zurecht. Ist doch recht... groß hier alles. Oh, sehr nass. Das ist... Das ist schön. Kommt man hier noch rüber? Jawohl. Gibt's hier was Schönes? Äh... Irgendetwas? Oh. Oh. Schallämpfer. Okay. Schön. Eins von vier Alarmen beaktiviert. Okay. Hier ging's auf jeden Fall rüber. Die Frage ist, wo wollen wir hin? Ähm... Ich sehe gerade kein... Ähm... Da muss ich auf jeden Fall hin. Aber ich hab... Weiß nicht genau, wo hier so ein... Äh... Da können wir was hinziehen. Das ist ganz toll. Aber... Es hat nicht funktioniert. Ich bin mal nicht gut mit dem Snipers... Was ist das? Warte mal. Guck mal noch zu. Ach nee, warte mal. Ging das? Naja, mit Y. Naja, es ist einfach nur zu bei weg. Krass. Aber da kann ich vielleicht... Naja, es klappt nicht. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Okay. Egal. Da wird gelaufen. Ach Mensch, ich drück heute schon nicht. Äh... Du Dings hast da. Ja, gerade kein Plan, wo wir hinwissen, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal hier. Ah nein. Perfektion. Das war auf jeden Fall prediktet, man. Leider, Leider. Ist da was? Ne. Ach, das war jetzt nicht so prediktet. Gut. Hier gibt's irgendwie nicht... War nicht so viel, wie ich gehofft hätte. Da ist noch ein Kistchen. Da stehen Explosionskisten. Ich hab da aber ein ganz unnüßiges Gefühl. Eieiei Eiei, na egal, ich geh jetzt erstmal weiter Oh, da war ich nicht hoch, okay Ist auch keine Lust hier Eieeeelich zu suchen, irgendwie Ist hier noch irgendwas? Ein Schachbrett Alles klar Die Kannibalen spielen Schach Ne, keine Kannibalen, aber Sagen wir mal die Verrückten Guck mal, hier kam ich doch her Ah, da sind wir immer an So, wo muss ich nochmal hin? Nach da vorne Da unten liegt auch mal was Oh, verdammt Egal Warte mal, hier ist doch Ein Geheimes Grab Eieiei, das kenn ich ja noch überhaupt nicht Ist schon wieder voll creepy Na klar Oh, Lackblau Boah, ich muss das mal wieder voll reinkommen O, ich muss das mal wiederhole Ich muss das mal weiter Auf, ich muss das mal wiederholen Warte mal wiederholt T repete Oh, ich muss das mal wiederholt Es doch mal wiederholt Dann geht es doch mal da Tja, das mal wiederholt ass jaうhhh Schottflinze durchstecken, weil ich verbrenne, ich verbrenne. Schwarz, unter der Röhre. Oh, ich muss sie nachhören. Die Sterne. Boah. Was ist das? Das war echt viel. Das scheiß, äl, das zu viel Leichen. Schandell. Seit weil wir nicht zum Mörder geworden sind. Ja, fing ja schon gut an, würde ich mal behaupten. Guck mal hier rein. Ohlala, ich hab den Eingang gar nicht gesehen. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass bei nem Grab jetzt gleich die krasse Action abgeht, aber... Noch eine Opferung. Mein Gott. Was treibt sie bloß dazu? Ohlala. Ja, das würd ich echt direkt auch mal gehen wissen. Naja. Was soll's. Oh, fürs Gewehr. Hatten wir, hey, hatten wir fürs Gewehr nicht vermassen. War das anscheinend für was anderes? Gibt's hier noch irgendwas? Ne, scheinbar nicht so. Fragt man sich ja was? Oh, spüre die Dämonen. Alles klar. Ach ne, Quatsch, vier... Ach ja. Ach ja. Irgendwelch ist das auch schon ein bisschen hier, ne? Feinlich, feinlich. Aber jetzt... Wir können da jetzt nochmal mehr. Kann ich da den Eingang erklimmen? Ja, da kommt noch mehr. Ja, da kommt noch mehr. Okay. Ich wollte gerade sagen, ist das nur einer? Aber nein, ist das nicht. Sie sitzen in der Falle! Umstellt sie! Sie kann nix mehr hin! Okay, Gewehr! Okay, Gewehr! Okay, hier habe ich. Gewehr! Oh, fuck! So ein Schild, Heini! Okay, warte, ich muss die Dinger nutzen. Hier, umdrehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Oh Gott! Oh Gott! Oh Leute, das habe ich gar nicht gesehen. Ah, du da! Von der Seite! Machst du mich? Warte! Da ist noch mehr. Wow! Schrotflinte an Bord! Oh! Rapport! Stammt doch nur! Okay, ichУ nod! Ah, Pistole, auch nice! Wuh! Oh, au! Oh, fuck! Oh fuck, wo ist er, wo ist er?! Oh Gott! Oh mein Gott! Nein! Er ist dumm! Oh mein Gott, der letzte! Ich bin voll reingehend! Scheiße! Hier ist nur ein Mädchen! Das Mädchen ist hier gerade fertig! Immer drauf! Das ist zu viel! Okay! Fast, fast, fast! Fast, fast, fast! Wir haben es wieder mit dem Fass! So, du Bastard! Alter! Da unten ist der! Du schießt gut! Stopp! Oh, fuck! Oh Gott, ist das dumm! Ja, wie mache ich das jetzt? Das Mädchen macht uns hier gerade fertig! Das Mädchen macht uns hier gerade fertig! 3-2-1 Oh, fuck, ey! Ich hasse diese Explosions-Tremel! Okay, von oben komme ich den nächsten, glaube ich! Oh, komm her, komm her! Komm her! Oh, was? Oh, ich ziehe doch, bin ich dumm! Ich sterb! Äh, was das? Krass, okay, jetzt ging... Am Ende ging es irgendwie einfacher als vorher! Keine Ahnung! Voll dumm, ey! Voll dumm, ey! Kann ich eigentlich trotzdem ausnehmen, wenn die... äh... vom Fass explodiert sind... explodiert sind! Puh! Na ja, so mit den Fässern macht es sich echt gut! Muss man so sagen! Kannst du ganz geil abknallen! Ahem! Ja... Nee, ist ganz nett... Wie kam ich denn eigentlich vorhin hoch? Ich glaube, da war noch... Einer... Ja, das ist geil, so über Eck! Okay, das ist voll, die Moni! Und ist hier noch irgendeiner, um den ich übersehen hab? Das... Ich glaube... Nicht, nein! Was ist das für ein Licht? Das ist nur eine... Okay, das war das Feuer! Ähm... Ja! Alles klar! So, das kriege ich hier, oder? Es klemmt! Okay! Es klemmt! Der Stoff sieht entzündlich aus! Ah, easy! Ups! Hat's Feuer gefallen? Ja! Die geben mir sogar Tipps, also... Naja... Was soll's! Ich wette, gleich geht's zu... Infiltrieren sie den Palast... Heller Stoff kann immer verbrannt werden! Sehr schön! Werbung ist gut! Mal sehen, ob's reicht! Mhm... Das Gewehr ist ganz nett! Na, dann... Werden wir das mal tun! Vor allem hat er einen Rückstoß! Ich weiß eigentlich nicht, ob das so sinnvoll ist! Aber gut, da wird schon... Oh, hier haben wir noch gar nichts gemacht! Na gut, eins aber... Den Schaden erhöht! Das hält ich noch mal! Schussfrequenz ist auch sehr geil bei dem Ding, weil das sehr langsam ist! Ja gut, das machen wir das nächste Mal! Schauen wir erst mal weiter! Was ist der alte Mann? Da ist jemand in Gefahr! Muss ich schildern? Ich weiß es nicht! Boah, da hängt natürlich ne Leiche dabei, ja klar! Wie können die so leben? Ja, das hab ich mich auch gefragt! Nicht da hoch? Ja, da kriegst du vielleicht, glaube ich... Ist da auch weiter... Ich muss da hoch... Vielleicht geht's auch da, oder? Vielleicht... Wie kann man denn in so einem Ecosimo-Rast leben, oder? Hattest du voll recht? Das ist doch so... So widerlich! Oh mein Gott! Wohin! Ich brauch' dich um Hilfe! Dann komm los! Dreck ja! Tick ja! Ganz schnell! Haa! Easy! WTF? Komme! Das haut mir eben noch zu! Woah, man! Na klar! Oh ja, jetzt geht's mal zu langsam ein bisschen. Oh, 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 oh! Ach, nö! Oh, fuck! Macht den scheiß Alarm aus. Oh ja, die sind so schlau, Alter. Die muss ja irgendwo sein. Jetzt macht das scheiß Ding aus. Boah, immer wieder neue Monate. Aber ich kann ihn nicht töten. Geht doch! Nein! Geht da runter und nehm sie um! Oh nein. Bloß nicht. Oh, fuck! Na, Kampf! Fuck! Kill ihn! Lauf, 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 lauf. Ich weiß, da sind die Fässer. Das Problem ist nur... Oh, fuck. Ja, genau. Jetzt haben sie ihre eigene Männer umgebracht. Oh, fuck. Da oben ist noch einer. Boah. Wie viele sind das denn? Ich brauche... Das fucking Gewehr, man. Oh, das ist nicht das Gewehr! Nein, 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 nein! Boah, Alter! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, ich hab mich grad selber umgelegt. Komm her! Komm her! Geht doch! Komm zu Mama! Ich brauche das Gewehr! Scheiße, Scheiße, ey! Es koppelt immer wieder jemanden. Oh, ich geh hoch! Ich geh in die Luft! Oh, alles klar. Oh, oh! Oh, Mann, ey! Wie viel ist denn das denn noch? Ich bin wieder unter der Schuss! Ich bin verwundet! Oh, ich bin wieder mit dabei. Oh, ich hab noch. Ich glaub schon. Kaum noch Munster. Ich hab das denn zwei abgehauen! Das kann ich nicht sagen. Gerade so! Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt! Aber ich weiß wo! Komm rauf! Dann hol wir sie da raus! Von hier aus komm ich nicht rauf! Verdammt, aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommt sie ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Alles klar. Das ist ein bisschen weit weg. Das waren viele. Drei, vier, fünf, sechs... Keine Ahnung, aber noch viel mehr noch. Eigentlich. Ohne Munition. Oh, ich hab Pfeile voll. Achso, ja, ich sah mir ja Pfeile auf, wenn ich die ausbreite. Krass. Alles voll. Aber da oben sind auch noch welche. Da will ich hin. Ich will das Bewegungsgut. Oh, scheiße, was war denn? Ist hier irgendwas sinnvolles noch? Nee. Ah, Schande. Ich dachte gerade, ich kann doch ein Seil springen. Hey, kommt man ja nicht ans Seil ran? Muss man doch. Doch hier. Ja, genau. So, geht das? Ah, wo sind die? Da drüben noch ein paar. Ah, wo sind die? Heute geht's echt zackig zu, ey. Da ist keine Zeit für Pausen. Okay. Muss jetzt so hoch. Aber vorher. Keine Ahnung, ob das was bringt. Das kenn ich hier jetzt auch noch nicht. Oh nein. Alter, warum ist das so weggeflogen? Ja, scheiße. Oh Mann, ey. Hä? Ich will das eigentlich ausnehmen. Das bringt mir das überhaupt nicht so zu betreten. Ah, egal. So dumm, Alter. Fliegt das in Fluss erstmal. Na, scheiße. Inro sind normalerweise aus lakiertem Holz. Aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Äh, was ist das jetzt? Genau. Eine Trinkflasche? Nee. Hä? Metall-Inro kenne ich noch gar nicht. Hier muss ja irgendwas sinnvolles auch sein. Oder ist das jetzt so der Weg, wo man land soll? Äh, das kenn ich hier östen noch nicht. Wenn der jetzt noch so ein... Ich hör doch das andere Schwein. Da ist noch eins. Hier ist noch was. What the fuck. Okay. Äh, nur leicht erschrocken, ja. Boah. 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 Oh mein Gott, Alter. Das kam aus dem Nix. Ja klar, ich verschwinde im Geburt. Scheiß viel. Alter, dreht mich das fast zu Tode um. Zwei Viecher und ich vertot. Eindeutig. Wo ist das jetzt wieder? Na, ich glaube nicht. Oh, Metalltruhe. Geil. Boah. 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 65 Bergung ist gut. Das ist nice. Aber ich glaube... Das ist nicht... Das will man nicht normalerweise... Das ist mal so geschafft. Ähm... Okay, da kann man noch viel verlangen. Aber was soll ich denn lang? Ah, ich dachte da hinten geht's eher lang. Da kann man doch hoch. Und dann... War da unten noch was? Ich glaube ich hab da nicht mehr so viel. Dann gehe ich jetzt erstmal weiter. In das... Oh, okay. Glaub nicht. Aber da unten noch mal Holzstufen geht's auf jeden Fall lang. Die Frage ist nur wie. Hä? Da muss es doch hochgehen. Das macht doch überhaupt keinen... Keinen Sinn. Warum geht's denn sonst hier hoch? Ja, den ist blind der. Ich bin blind. Ach da. Ach, ich bin echt dumm manchmal. Na? Na, jetzt geht's doch. Okay, ich glaube ich kenn's doch. Ja. Okay, von wo kommen die? Irgendwo von unten? Wow! Okay, von dort. Au. Auf jeden Fall bin ich hier nicht so gut geschützt. Äh. Fünf Kugeln werden wir brauchen. Trotzdem äh. Mit der Wichser nix. Das hab ich gestorben. Naja, ich seh dich. Oh Gott. Was hab ich jetzt in die Luft gelegt? Ich glaub das was der... Wieso treff ich ihn nicht? Ist der vor Feuer geschützt? Alter, wie viel hält der denn aus? Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Anscheinlich so... Das kann's noch nicht gewesen sein. Aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen erkunden. Momentan. Aber ich glaube, da es hier noch höher geht... Vielleicht vergesse die Leichen nicht auszunehmen. Aber... Ich geh gleich noch mal runter. Boah, ich hab auch von hier oben. Guck mal, das Ding da kann ich noch um... Mieten. Ich mein, die Musik ist noch... Ist noch da, ne? Eieiei. Egal, ich berg mich jetzt einfach mal vor. Ich hätt gern das Bergungsgut. Was ist da unten? Ach, da war das Dingstor vom Anfang. Egal, ich muss jetzt hier glaub ich weiter. Was machen wir das jetzt auch? Ja. Wo sind die? Wo sind die? Guter Hitter? Naja, das war kein Hitter. Was erlebt's noch? Der Schluck. Nein. Kopfschusskeller. Obwohl ich nicht mal auf den Kopf gezielt hab. Wir sterben. Das geht nicht weiter, dass ich da oben muss. Steh auf. Ok, den hab ich. War hier noch was zum Ausnehmen? Ne. Ok, da sind hundert Pro noch ein paar mehr. Ok, einfach rüber. Was ist alles mit dem Boden? Ok, für den brauchen wir noch was anderes. Sie liegt nah! Sie liegt nah! Sie liegt nah! Ja, diese... Ja, die halten ebelst viel aus. Oh fuck. Ah, Mann. Ach, geht doch. Ah, da kommt man rüber. Aber das klingt eigentlich nichts. Was war's da jetzt wohl noch nicht? Oh, ich dachte grad, ich werd mitgehoben. Aber ich glaub, da muss das sowieso drauf. Schon wieder ein geheimes Grab? Äh, wir haben ja schon gucken, wo. Hier runter? Oder? Nee, oder? Einig zu stimmt, da komm ich aber ja zurück. Hier müssen ja irgendwo solche... Ähm, Zeichen sein. Ups, das wollte ich gar nicht. Das bin ich. Jetzt bin ich zu. Wo bin ich jetzt? Ist hier das Grab? Was ist hier denn alles nur? Ach, krasser Scheiße. Das ist nix. Okay, kann man das nicht... Ach, ich dachte, das ist so ne... Okay, hier ist nix anscheinend. Ups, das war schon. Egal, hier geh ich jetzt mal da runter. Ich, ups. Ich komm ja auch, äh... Ah, sorry. Was ist denn hier nur alles? Ich verirr mich grad komplett einfach mal. Boah Gott, das ist alles für eine Kiste, ne? Ach, das und mehr die Dings. Okay, warte mal, da kommt man doch auch hundert wohin, aber... Ob da was drin ist? Ich weiß nicht. Ich... Ja, ich geh jetzt erstmal hier rum und wieder zurück ein Stück. Ich muss ja den alten Herrn befreien. Oh, ich seh auch gerade schon... Äh, halbes Stündchen ist um. Das heißt, das machen wir in der nächsten Folge, dass wir unseren guten... ... den Kahn retten. Ah, Früchte, lecker, lecker. Ich esse ja sonst nie was. Und Wildschweine hauen mich ja noch um, ne? Aber... Ach, das ist geheimlich gerade. Okay. Ja, das ist schon heftig hier. Ich kann mich auch nicht... ... überhaupt nicht mehr dran erinnern. Nee. Aber ja, alles klar. Dann erkunden wir in der nächsten Folge das geheime Grab. Und dann... ... retten wir noch jemand. Also bis dann. Tschüss! Tschüss!